Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs sammeln. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Sammelt, sammelte, hat gesammelt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich sammle. Du sammelst. Er sammelt. Wir sammeln. Ihr sammelt. Sie sammeln. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich sammelte. Du sammeltest. Er sammelte. Wir sammelten. Er sammeltet. Sie sammelten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gesammelt. Du hast gesammelt. Er hat gesammelt. Wir haben gesammelt. Ihr habt gesammelt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich sammle. Du sammelst. Er sammle. Wir sammeln. Wir sammeln. Ihr sammelt. Sie sammeln. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich sammelte. Du sammeltest. Er sammelte. Wir sammelten. Ihr sammeltet. Sie sammelten. Den Schluss macht der Imperativ. Sammle du. Sammeln wir. Sammelt ihr. Sammeln sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb sammeln. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020